Wir haben einen Arsium-Jungle. Hallihallo, einen Arsium-Jungle gibt's heute? Ja. Das heißt, du gehst die ganze Zeit Counter-Jungle. Du fixst den kaputt. Die ganze Zeit. Okay, das heißt, ich fang Go-Links an, hol mir einen Red-Buff und geh zu seinem Blue. Ganz genau das. Okay, aber ich schätze mal, der will beim Blue starten. Du gehst zu deinem Red-Buff, machst dann aber auch die Raptoren und bist dann nach den Raptoren instant hoch zu dem... Zu seinem Red-Buff. Zu seinem Red-Buff, dann bist du nämlich Level 3. Also, ich lass die Raptoren und mach auf dem Mid-River die Cutler. Also, die Crabby. Nee, schaffst du nicht, da ist der zeitlich, der wird ja gepultert, ist der mit dem Blue-Buff fertig. Ich check in der Wand rein, ne? Du bist ganz toll, komm. Ich muss gar nicht, dass ich einen Fiskin hab. Was hast du für einen Fiskin? Ach, den Angler-Fisk. Der ist cool. Ja, ich find den voll cool. Der ist nett. Den hab ich, glaub ich, auch in der Chess-Comp. Wann kommen die Dinger? Ich seh meine Zeit leider nicht. Äh, 1,40. Ja, und wie viel ist? Äh, 1,10. Okay. Ich glaub, das ist... Ich hab nämlich die FPS-Anzeige und die Aufnahme-Anzeige über meinen, ähm, über meine Schwein. Hast du auch die letzten Spiele jetzt wieder aufgenommen? Nee, ne? Die letzte nicht, aber dieses Mal nehm ich auf. Oh, hab schon wieder anmoderation verpasst. Das war schreckend. Ich hab' anmoderation verpasst. Du hast das nicht gehört? Nee, ich hab' grad kissen. Nee, ich hab' grad kissen. Okay. Ich, äh, urinieren. Haha, ich hab' grad sagen. Haha. Okay, Echo top. Das ist abgefuckt. Danke, Reif. Super. Perfekt. Danke für den Tank. Echo Mitte. Jo, sicher. Ähm, die, äh, Dingens hat Fervor of Kill dabei, ne? Fervor of Kill? Ja. Die Alessandra. Ich find's einfach so geil, wie der Red Buff meldet. Oh, shit. Lol, die parkt mich auch mit ihren scheiß Autotecks, die Note. Ich pack mich grad'n bisschen ab. Kann ich gar nicht verstehen. Geil. Level 3 spring ich dir erst mal ins Gesicht. Doch ab jetzt, du nervst. Komm, gönne die mir den Agro, bitte. Ja, gönne sie dir. Warum mach' ich weniger Damage als letztes Game? Das ist strange. Du hast mit der auch Attack-Speed-Ruhen, also du nimmst mit der quasi ADC-Ruhen mit, das weißt du? Hab' ich auch. Alles gut. Ich hatte nämlich keine anderen und deswegen hab' ich die mitgenommen. So, ich geh jetzt auf zu deren Red Buff. Mal gucken, ob ich gekillt werde. Wow. Wow, die nimmt mich. Echt? Boah, ist das krass. Ich hab' jetzt den zweiten Red Buff flasht. Oh oh. Oh, mein Echo kommt auch. Du bist tot. Jep. Ich werde hinterher geflasht, ne? Wow, die hat nicht mehr viel Leben. Thomas, wenn du die nicht kriegst. Boah. Sauber. Kriegst du den? Nee. Ja, du hast kein Ignite mehr, ne? Ah, das ist ja gerechtet. Äh, ja, war das Wolf, dass ich gestorben bin? Ich glaub' schon. Nein. Was denn First-Bot war? Nee, die hat First-Bot. Ach, stimmt. Scheiße. Ja, dann, sorry. Was, die hat kein Ding. Aber der wusste, dass ich da langkomme. Warum auch immer. You wanted. Ja. Mit First-Bot ist gegen die, würde ich nie mit dem Q reingehen, sondern immer mit dem E. Weil wenn du Glück hast, verkackt die dann, denn es dann, wenn du es schnell genug machst. Boah, die soll mich nicht abfucken. Ich bin doch am Rauchen. Fopst dich, Aue. Hey. Nervs. Rauchen ist ungesund. Halt die Fresse, Simon. Boah, diese abgefuckten Autotecks von der. Die machen auch noch Damage. Ich hab ein Ate gekauft. Aber. Soll ich kommen? Ja, ich lass die gerade hin. Wir haben hier einen, 120 Leben Ate auf der Line. Fuck. Ich bin leider gerade top. Jetzt rein. Da kommt der Asir. Nein, der wird da raus. Warum macht der so viel Schaden und warum ist der immer perfekt da? Was ist denn los mit dem? Warum ist der immer, wo ich bin? Du hast gerade kein Damage von dem Asir bekommen, sondern von den Minions. Nein, ich habe viel Damage von dem. Von den Minions habe ich 30 Damage bekommen. Alter, die fuckt doch so ab. Die spammt mich die ganze Zeit mit ihrer Scheiße voll. Soll ich es wieder üble überscheuern? Ja, ich bin ja auch am schreien wie ein Behindertes. Die fuckt mega ab, Junge. Ohne Spaß. Was eine behinderte Scheiße das ist. Ja, ich werde jetzt mal kurz leider ein bisschen farben müssen. Weil das hat mich jetzt echt zurückgehauen. Spammt einfach nur mit ihrer Kacke rum. Wie eine dumme Nudde. Hau ab, du blöde Stück Scheiße. Alter, fuck mich doch nicht ab. Was ist denn los? Oh, was los ist. Die spammt die ganze Zeit ihre Scheiße in meine Fresse und wirrt nicht um. Das ist los. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, wegen der passiven. Alter, ich schreck mich schon, Simon, ey. Was? Seh da nur deine Füße und kriegst schon einen Grissel, ey. Ja, das sind die bis sofort. Warum hat die Echi Leona I love you geschrieben? Ich hab ihr eben ganz dicke den Arsch gesaved. Achso. Okay. Eine Minute bis Wettbuff da ist. Ich kann nochmal die Botlane ganken, aber ich hab nur noch Half-Life. Kriegt ihr das gebacken? Ja, ja, ja. Ich kann nur, naja, ich mach vorher nochmal die Crap, dann lass die pushen. Oh, der kostet der Versax. Ja, nee, lass das mit dem Gap. Warum? Ja, wir pushen die stark schon mal. Boah, ich geh jetzt gucken, ob ich den Arsch finde. Der ist gerade in ner Taube meinen Frust rauslassen. Das wär cool, wenn du den findest, weil der nervt übel. Aber ich glaube, der findest du nicht. Olems sind da. Okay. Wettbuff aber nicht mehr. Abtoren sind nicht da. Erko ist mit. Äh, der ist nur in Blue, willst du mir, will mir jemand helfen kommen? Liz fehlt. Liz ist wieder da. Ich muss den Alarm machen. Ja, ich kann auf Top nix machen. Ähm, der macht gerade seinen Blue. Das bringt aber nix, wenn ich da nicht hin kann. Die ganze Zeit hier von ihren blöden Aids da weggespampt. Hau ab, du Nutzer. Ohne Spaß. Fuck das ab. Oh, geht die mir auf den Senkel? Jetzt fährt doch endlich mal home. What the fuck? Ja, die Passive ist dafür da. Ja, trotzdem, die hat ihre Passive nicht alle drei Sekunden. Nein. Aber die hat wahrscheinlich das Mana-Rack-Dings. Oh Gott, ihr werdet so gut. Rette ihr übel den Arsch. Ich bin on the way. Ey, ich raste gleich aus. Das war nicht so nice. Geht mir das auf den Sack. Hier, hier, hier. Fünf Sekunden, vier Sekunden. Drei Sekunden, zwei Sekunden. Get him. Counter den einfach weiter, ohne Spaß. Oh, sorry. Junge. Du kannst Alessandra-Kuh nicht daneben schmeißen. Äh, du darfst nicht hinter Minions stehen. Warum? Wo soll ich denn sonst stehen? In ihren. Nein. Ja, zum Beispiel. Oder daneben. Ja, genau. In ihren. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Ich hab' mir gefallen. Ja, ja, ja. Ja, das will ich tun. Lass die Hälfte vom Tower noch da. Oder? Ich sterb gleich an den Minions. Ich geh mal lieber weg. Tschüss. Thrandra hat kein Ulti mehr. Ich komm jetzt gleich. Stopp, mein Schatz. Verzweifle nicht. Ich bitte darum. Verzweifle nicht, mein Engelschen. Ich komme, um dich zu retten. Das ist toll. Schatz, jetzt bist du aber mal ruhig. Alter. Du bist schon gegen. Ja, ich muss Backbase. Ja, ist doch gut. Nein, ist nicht gut. Ich kann nicht verlömen. Ich habe doppelt so viele Minions wie ich. Aha. Das ist doch so behindert, Alter. Das ist mir so oft so... Ich bin 66 und du hast 34. Du hast mich angelogen. Die hat nicht doppelt so viele Minions wie du. Halt die Fresse. Ich komm ja schon. Ich hab wohl keine Ulti. Ich auch nicht. Ja, so... Du musst dich klonen mit deinem E. Komm. Go, rein. Hab sie. Raus hier. Ja, da ist noch ein Asier. Töte den auch mal, bitte. Ich habe keinen Red Smite. Erst in 6 Sekunden. 5, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Guck mal, warum meinst du, feiert der dich nicht? Der weiß, dass du den legst. Ich glaube, der hat hier ein Wort. war noch keinmal back und habe 3k gold ja dann geh back soll ich deine lane halten ich komm bot lane ich hab dann wahrscheinlich wieder an den warte ich muss noch kurz das camp machen wie bitte da ist ein alistar der belagert nicht okay ich komm warum werde ich eigentlich so umgeschwult es geht mir so auf den sack ja schatz mehr kann ich nicht machen für dich naja der flash war kack ich will noch ein assist ich will noch ein assist ich will den kriegen wir nicht lass ich hätte lust den echo zu machen jetzt kannst du mitzuhalten ok kann ich den fighten klar ich hab den runter gehalten naja macht er dir viel damage ja ich hab fast keinen mana sorry falsches wort ich komm doch nicht so ganz so mit und die camps melden und da kommt asia ja toll die boardbank war nicht mehr da asia war da ja in meinem gesicht hat er gesehen alter wie kann dir so schnell überall sein ja das ist voll krass oder die gehen mir alle voll auf den sack wer geht es ist das nervig was glaube ich von der titanik zuerst jorims äh ja das jorims es gibt noch dinge dazu leben ja schon wieder bei 40 minions drüber und zwei verfickte kills was ist das ja ganz streich warum krieg ich immer so scheiß answer matchups hast du was du was nein warum nicht weil ich die ganze zeit habe ja aber du hast ja assi war ja auch dir hast du ulti musst du nie rein nein die ist weg boah lutschen mir die eier ist das nervig da habe ich einen kill gemacht ach ja die des andere ich glaube die ist noch nicht back solltet mal aus mitte euch verpisten langsam die ist back das hast du extra gemacht das habe ich genau gesehen ich hätte ulti können wir nicht legen das ist ein echo naja stimmt ich dachte wir können den diven wir können drake machen ja ok komm ich helfe dabei ja hast du wards ich nehme mich nicht wards ist ja egal wir kommen angelaufen wir kommen angelaufen wir können alle einlutschen topplane ist weg ich gehe jetzt lasern ich schnauze voll von der scheiße was ist lasern auf anderen lanes rumhängen mir gerade so egal ich gehe solo nicht mehr topplane ihr könnt mich mal im arsch lenken ok kein bock die ganze zeit um gespammt zu werden besser reingegangen werde ich hinterher gejumpt zu sterben die list kommt jetzt sobald die lissandra da ist sind wir alle im arsch es geht weg ich kann den tower nicht mit leo alleine halten glaube ich ja doch ich habe die lissandra gefunden wo ist sie ich würde gerne meinen eigenen farm nehmen wenn ich ihn bekommen würde da ist sie da ist sie wir könnten die nehmen ja aber die ist nicht alleine lassen wir uns die bot lane von denen zeig ich doch weit verliert ihr haus hoch boah wurde ich hier gerade genommen die ulti nerf von der oh schöner eschi yo spring da rein ah fuck eh huuu jaaa schön schön auf die fresse haben wir da gekriegt ich bin mit meiner ulti gegen die ulti vom asic gejumpt und das geht nicht wie es aussieht was mega behindert ist bei mir das zieht dich zurück ja das ist mega behindert ich gebe mir den topf am holen wenn das ok ist nein ist es nicht huuuu ohne scheiß lass den bloß stehen ich muss jetzt zu meinen camps aber ich muss mal meinen wet buff machen obwohl das steht man soll da runter gehen ich gebe dir nicht der eschi nimm den selbst nein die eschi ist gar nicht so schlecht ich habe keine echte ulti aufkommen ja das spielt keine rolle der bringt oft mehr wasso du machst viel mehr damage als die esch okay oh gott ja aber ich wirklich ja ich geh mal to- bloodland gucken ob da wer kommt damit steffen kann äh 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 das drauf ich geh weg macht ja eh nix na wenn wir ne gute kombi von meiner und äh äh die wollen wir noch stehen Disrespect soll mir da rein Thomas oh gott nein lolololololololololololol angerannt da bin ich hab noch keine ulti ist das problem mal da nix gerade wow wurde kaputt sitzt ich schwöre dir heute ist echos lucky day alter was die haben wir verloren die list hat mir 4 500 damage gemacht und der asie 300 und der echo 500 oder weniger bei mir die lysandra die hat so gut wie alles gemacht ja die zählt uns halt ja das schaffst du noch boah du lucky buster ich hab geported trotzdem wir flieren gegen den asia jungle das ist peinlich hä ich will gegen asia jungle das ist peinlich das ist peinlich das ist peinlich das ist traurig der macht übel damage ist euch das mal aufgefallen ja ich seh nicht warum die asia nicht mit mir auf der line bleibt ja komm mal her du kackkauer warte ich seh ey ich piss dich auch die ganze zeit in die hose ja ich werd mal bot halten gehen ne ich geh jetzt auf den asia ich weiß nicht warum wir jetzt schon groupen er wird jetzt springen die asia is no matter die sollte ich verpissen Lass mal hier ein bisschen Pressure auf der Länge von unserer Mitte weggehen, pack mich nicht ab, Lissan, Alter. Toll, Alter, cancel mich doch nicht so an, ne? Ohne Spaß ist das nervig. Packt einfach viel zu sehr hart ab. Was? Ich hab den doch gelegt, unterm Tower. Weg, kommst du weg, kommst du weg. Ja, sollte gehen. Ja, ja, war auch ganz close. Da kommt noch übel close, aber es war auch unterm Tower. Pass auf das Ezreal-Ulti auf, geh genau da back. Nicht unterm Tower, das geht in die Hose. Ich geh, genau, einfach hier back. Ich glaube, man kann Wort stellen, ohne das Backport abzubrechen. Eshi soll aus der Mitte. Eshi, don't go mit. Zertemme, Hydra. Ready. Ich bin ja schon 50 Creeps hinterhergefallen. Ich bin aber auch schon 60 mehr alt. Kein Ding, ich bin schon 50 hinterher. Ich hab keine Ahnung, ich hab 67 und der hat 70, also geht. Thomas, willst du mit der einfach farmen, oder soll ich ganken kommen? Kannst doch ganken, Lais. Aber das Problem ist, es sind immer zwei Leute, da lohnt sich ganken nicht. Das Problem ist, dass die groupen. Weil die schon auf jeden Fall in einen Tower weg. Ja, ich kann leider nicht, weil hier gerade ein Echo ist. Ich hab keinen Tele. Tschüss, Eshi. Nö, 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 nö. Dann gib mal die nicht auf. Hier, drei Manns dann, was macht er draus? Nicht vier wahrscheinlich, wenn wir gecced werden. Echo, der fickt euch jetzt einfach. Es sind alle lowlife. Jo, das richtig. Helft ihm. Ich bin unterwegs, ich spinne nur nicht so schnell. Lauri, du bist auch nutzlos. Es geht. Naja, du bist erstnachslos. Ich hab keine Ulti. Ich hab für ein 5, also läuft. Da ist viel CC, sonst wäre das ein Quadra. Naja, CC ist echt schwer. Äh, abgefasst. Ja, echt. Die Erechie stirbt. Drei. Zwei. Nö, er traut sich nicht. Verdammt. Ey, geht in die Mitte raus. Um den Fisk zu bögeln, was auch eine ganz gute Idee war. Ich würd dir nicht falten. Nö, aber der Echo hat keine Ulti, ne? Wie keine Rolle. Ich hab jetzt von allem genommen, momentan. Was hast denn du bis jetzt? Achso. Nichts. Nö, nicht wirklich, ne. Hendrik feitet erst in dir. Ja, du kaufst auch gerade drei Items, ne? Ja, gleichzeitig. Ja, ich hab auch keine andere Möglichkeit gehabt. Man Sunfire hab ich jetzt fertig. Können die zu zweit wahrscheinlich legen. Ja, ja, können wir. Aber die hat halt einen Escape wie Sau, ne? Richtig. Ey, in der Mitte. Kommt Besuch, Thomas. Ja, Thomas ist in mich. Thomas ist ripp. Ey, komm. Ah, scheiße. Die haben ja die ganze Zeit alle Ultis. Das genau wie das Spiel vorher. Asi ist einfach nur nervig, egal wo. Geht mir einfach voll auf den Sack. Ich glaub, Asi könnte ich auch nochmal probieren, ne? Macht mir keinen Spaß. Behindertes Champion-Konzept. Naja, das Konzept find ich sehr cool. Oh. Der Damage ist krass. Werden gerade einfach weggepockt. Das ist genau dasselbe Problem wie eben auch. Die Pocken uns einfach behindert. Wir können aber nicht rein wegen dem Asi-Tower. Simon, du darfst nur ulten, wenn ich da bin. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, ich treffe den Asi, aber es hat nicht so ganz funktioniert, leider. Der CC auf Doom. Krieg immer die CC-Chain-Up von allen. Ja, klar, natürlich. Würde ich auch machen. Um ehrlich zu sein. Ich hab mich noch zu voll, wenn ich ehrlich bin. Nice. Okay. Nee, absolut nicht nice. Ja, mankel. Das war einfach gerade 5 zu 1. Auf keine Art und Weise ist das nice. Absolut gar nicht. Ich weiß nicht. Boah, können wir bitte gleich noch eins zocken und dann so eine richtig nervige Poke-Combo ausprobieren? Das Problem ist, dass wir echt nicht viel bischen. Boah, halt deine Fresse, Eschi. Hat selber recht. Pack mich trotzdem ab. Die soll die Maul halten. Die haben es nicht genommen. Ohne Spaß. Der Eilis. Da fickt mich jedes Mal im Fight. Ja. Der ist übel nervig. Er regt mich auch auf. Haben die überhaupt eine ADC? Boah, wieso? Ohne Spaß. Die Laning-Phase war so super von mir. Boah, guck mal. Das erste Mal, dass du Sandras Tower-Damage bekommt. Da ist sie. Natürlich. Kann nichts machen. Die macht viel zu viel Damage. Boah, Alistair, halt deine Fresse. Ich bin so lustig. Hat was, ne? Er hat Hurensohn falsch geschrieben. Da ist ein Pink-Word und ein normaler Wort. Oh, Alistair, Spaß. Der ist da schon wieder. Kann dir nicht helfen, Thomas. Ich bin schnell genug wieder da. Aber du hast noch Ulti rausgekriegt. Ja, ich krieg das auch gut hin, aber... Der Eilis da verkehren hat. Ohne Spaß. Du kannst dich keine Millisekunde bewegen. Die sind alle zu strong. Jo. Du kannst dich keine Millisekunde bewegen. Ich glaub. Nachdem die Laning-Phase zu Ende war, hab ich richtig scheiße gespielt. Das gibt's jetzt nicht. Dass er sich immer noch bewegen kann, obwohl er gestunnt ist. Alter, der S.R.L. macht jetzt aber auch übel krassen Schaden. Ja. Ja. Ja, ziemlich krass sogar. Komme. Du killst den einfach. Du killst den einfach fast. Ja, ich wohnen wegen seinem Scheiß- äh, Ultra-Minion da. Super-Minion. Ja. Stimmt wohl. Aaaaaaaaaah. So, könntest du kriegen. Hast du was mit Nock? Nein, also nicht. Wow! Loll! Nee! Loll! Loll! Stückscheiße! Ich konnte nicht queuen! CD! Behindert ist ein Stück Scheiße, ohne Wind! Ich bin gerade so kurz davor komplett auszuflippen! Bitte drückt Ja! Wer auch immer noch nicht Ja gedrückt hat, drückt auf Ja, sonst rast ich aus! Nein! Ich hab gewotet, ich bin's nicht! Ich bin's! Ich hab auch, ja! Ja, komm! Danke! Schön! Fuck your mom! Das war ganz toll! Boah, fuck mich das ab! Tschüss! Tschüss!